Rechts. Das ist nicht Pelé, das ist nicht Pelé, das ist nicht Pelé. Nein, ich habe nicht so viel Glück. Ihr seid die Brauchten. Was aber jetzt aktuell wieder, kann man noch Ronaldo und Ginola und so ziehen? Oh, let's go! Oh, ist der wichtig. Gigi sind in den Chat, Boys. Sowieso, ja, umständlich entsprechend. Ne, Khalid ist nicht mehr das Wahre. Testo Thorsten. LaFont, Tots ist schon mal wichtig. Ich hoffe einfach vier, fünf Tots. Oh mein Gott! Lol, ey, ich zieh fünf Millionen Player Picks und er kommt hier. Zwei, eins. Ja, was? Jaaa! Jaaa! Ey, ich kann nicht mehr, Digga, ich habe keine Lust mehr. Ey, nein, ich kann doch nicht mehr. Warum passiert mir sowas? R9 Moments. R9 Moments. Untauschbar. Duplikat. Hau ich jetzt ins 89er Team rein. Von eigen SBC, weil ich nicht weiß, was ich sonst mit dem machen soll. Dankeschön ihr, wirklich vielen Dank, dass ihr so einem Spieler nicht jemand anders gebt, der vielleicht den Mehr gebrauchen könnte. Bei mir landet er in der SBC. Tots. Na, Tavanie. Hä? Das Wappen sieht man nicht mal. Haha! Was ist das denn? Man sieht auf der Tafel nicht mal das Wappen. Hm. Hm. Brunado? Suuu! 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 Let's gooo! Victor! 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 I wanna see! Suuu! 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 Auf der Playstation angekommen starten wir in ein 84 Plus Pack. Das ist nicht passiert. Jaja. Gleich die Licht im Pick. Hm. Digga, okay. Hahaha! Merciiii! Eins. Auch. Oh! Digga! Komm mal! Wieso ist der da hinten? Junge, was geht denn ab? Junge, hab ich mich jetzt erschrocken, alter. Was! Was! Digga, was! Was war denn das? Ich hab's komplett verkackt. Da war kein Tee. Junge noch. Also wir gehen jetzt durch. Eins. Zwei. Drei. Geisteskrank. Vier. Achtzehn. Neunzehn. Rotenwein auch noch. Oh Schatz, Digga. Wir haben Kante, Digga. Kante und Cordoba in dem Scheiß Pack. Digga. Was geht denn ab? Team of the Season. Brasilien. I.V. Marquinhos. Ole. Was ist das? Ist das ein Ausmalbild oder was? Müssen wir ihn ausmalen jetzt? Wir haben ihn, Meta. Wir haben einen auf dem letzten Pick. Let's go. Oh. Ja. 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 Scheiße. Fünf neunze plus. Fick dich. Drei neunze plus. Ist es. Jawoll, Alter. Wuhuhuhu. Auf der Kante kommt morgen wieder in die Packs. Der Preis ist noch so frech für den. Ja. Das stimmt. Ja. Da ist er. Ja. Jungs. Ja. Ich hab den Gold gezogen. Okay. Pick Nummer zwei, was wir abstoßen. Bringen wir es hinter uns. Komm. Bringen wir es hinter uns. Ronaldo. Ich hatte gar nichts gesehen. Endlich. Endlich. Hä? Junge Mann. Special Card bitte. Ja. 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 Marcello und Ribéry in einem Pack. Wow. Kannst ihr bitte auch auf Instagram folgen. Ich folge euch allen zurück, Leute. Schreibt mich an. Eiken! Ach, Digga. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Und jetzt weiß ich auch, warum ich nie FIFA spiele. Jetzt wisst ihr auch. Oh mein Gott, Digga. Es ist einfach dumm.